Liebesgerüchte um Let's Dance Paar, Mozi Mabuse heizt Spekulationen an. Wenn Ekaterina Leonova bei Let's Dance mitmischt, nehmen die Liebesgerüchte Fahrt auf. Schon in der Vergangenheit wurden der Profitänzerin immer wieder Liebeleien mit ihren Tanzpartnern angedichtet, sei es mit Paul Janke oder Jill Ofarim. Auch dieses Jahr nehmen die Gerüchte kein Ende und die Fans fragen sich, was geht mit Tanzpartner Taiman Krause? Spätestens nach ihrer Rumba in der vierten Let's Dance Show sind die Fans am Rätseln, ob zwischen beiden eventuell mehr geht. Denn sie selbst heizten die Spekulationen an, indem sie sich zum Ende des Tanzes gefährlich nah kamen, ehe es dunkel im RTL-Studio wurde. Schnell wurde sogar von Moderator Daniel Hartwig gemunkelt, habt ihr euch etwa geküsst am Ende? Taiman und Ekater gaben darauf keine Auskunft. Während Jurorin Mozi Mabuse noch vielsagend verkündete, ich hab's genau gesehen. Ich werde auch nichts verraten. Mozi Mabuse heizt Liebesgerüchte an. Mozi ist es auch, die nun die Gerüchteküche weiter zum Brodeln brachte. In der vergangenen Show erklärte sie, dieses Zusammensein von euch. Ich glaube euch. Selbst Juror Jorge Gossales ließ diese Aussage aufhorchen. Was willst du sagen? Unterbrach er seine Kollegin prompt. Doch die wiegelte ab und gab sich ahnungslos. Gar nichts. Hab ich was gesagt? Für Aufmerksamkeit sorgte dann aber vor allem eine weitere Bemerkung der Jurorin. Wenn ich was sage, dann heiraten die Leute. Weiste Bescheid. Nun spekulieren die Fans, ob da zwischen dem Mentalisten und der Tänzerin vielleicht wirklich mehr geht. Sie wären irgendwie schon ein Traumpaar. Kommentiert eine Followerin auf der Let's Dance Instagram-Seite. Die Chemie zwischen den beiden Stimme einfach, lautet der einhellige Tenor. Timon Krause ist vergeben. Pikant. Timon ist seit Jahren offiziell vergeben, teilte noch Ende Januar ein Pärchenfoto mit seiner Freundin auf Instagram und erinnerte an den Jahrestag. Auch Ekaterina soll längst nicht mehr Solo sein, schweigt jedoch über ihr Liebesleben. Eine Liebelei zwischen ihr und ihrem Tanzpartner wäre also ein echter Hammer.